»Du solltest dir den Typen noch einmal überlegen, er ist ein Monster«, sagte meine Nichte plötzlich und zeigte direkt auf meinem Verlobten. Überrascht drehte ich mich zu ihr um und fragte leise, »Schatz, wovon redest du?« Bevor sie antworten konnte, unterbrach mein sichtlich blasser Verlobter sie und versuchte, seine Nervosität mit einem gezwungenen Lächeln zu verbergen. »Diese Kinder denken sich alles aus, sie verbringt wohl viel Zeit vor dem Fernseher«, sagte er und versuchte, lustig zu klingen. Aber was meine Nichte als nächstes sagte, brachte nicht nur ihn zur Verzweiflung, sondern weckte auch eine Rachegelüste in mir, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie empfinden würde. Mein Name ist Alejandra und ich werde dir heute eine Geschichte erzählen, bei der ich bis heute eine Gänsehaut bekomme, wenn ich nur daran denke. Alles begann auf meiner Verlobungsfeier, auf der meine bezaubernde Achtjährige Nichte mir mit ihrer Unschuld die Augen für den Mann öffnete, den ich für meine Märchenprinzen hielt. Ich wusste nicht, dass sich hinter dieser Fassade jemand verbarg, der viel schlimmer war als ein Frosch. Aber keine Sorge, denn meine Rache war so unbarmherzig, dass sie ihn geradewegs in die Dunkelheit trieb, aus der er niemals entkommen kann. Aber fangen wir am Anfang an, damit du verstehst, wie das alles passiert ist. Meine Familie besteht aus fünf Personen, meinen Eltern, meiner Schwester und meiner geliebten Nichte Gabriela. Als meine Schwester ihren Partner durch eine verheerende Krankheit verlor, kehrte sie mit Gabriela, die damals erst zwei Jahre alt war, nach Hause zurück. Seitdem haben wir uns alle zusammengetan, um sie aufzuziehen. Zum Glück erlaubt es mir mein Job, zu Hause zu bleiben, sodass ich mich um Gabriela kümmern kann, während meine Schwester und meine Eltern beschäftigt sind. Ich habe ein kleines Online-Geschäft, das ich während meiner Studienzeit gegründet habe. Ich habe eine Spiele-App entwickelt, die ziemlich populär wurde, was mir ein regelmäßiges Einkommen garantierte und es mir ermöglichte, unsere Familie zu unterstützen. Trotz meines Erfolges macht sich meine Schwester immer Sorgen über meinen zurückgezogenen Lebensstil. Alejandra, du weißt doch, dass du umziehen kannst, oder? Meinst du nicht, es wäre an der Zeit, dass du versuchst, allein zu leben? Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich bin glücklich so wie jetzt. Danke, aber was meinst du? Ich bin doch noch jung. Was ist mit Romanzen? Romane? Das interessiert mich nicht, mit Gabriela zusammen zu sein ist alles, was ich brauche, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Und es stimmte, ich liebte meine Nichte. Ich war nie an romantischen Beziehungen interessiert. Ich wollte nur mit Gabriela zusammen sein. Ich gebe offen zu, dass ich mich sehr um meine Schwester sorge und alles für sie tun würde. Ich habe sogar mehrere nutzlose Männer vertrieben, die sich ihr genähert haben. Unter ihnen war mein Schwager die einzige Person, der ich zutraute, sich um sie zu kümmern. Ihn zu verlieren war schwer für meine Schwester und ich wollte für sie da sein. Seit sie klein war, war Gabriela immer ein anderes Kind gewesen. Sie hatte die seltsame Angewohnheit, in der Luft zu winken, als würde sie jemandem Lebewohl sagen, den nur sie sehen konnte. Zuerst dachte ich, sie würde etwas aus dem Fernsehen nachahmen. Aber als ich merkte, dass sie das auch tat, wenn der Fernseher aus war, war ich fasziniert. Als ich fragte, wem sie zuwinkte, antwortete sie einfach, es ist der Holzfäller. Zuerst dachte ich, das sei nur die Fantasie eines Kindes, zumal Gabriela Geschichten über Holzfäller liebte. Mit der Zeit bemerkte ich jedoch, dass ihre Interaktionen mit dieser unsichtbaren Gestalt immer häufiger wurden und mein Unbehagen verwandelte sich in eine beunruhigende Neugier. Eines Tages, als wir im Haus meiner Großeltern waren, zeigte Gabriela auf ein altes Foto, das an der Wand hing, und rief, schau, das ist der Holzfäller. Ich war schockiert, denn auf dem Bild war mein Großvater zu sehen, der gestorben war, als ich noch zur Schule ging. Er war kein Holzfäller, sondern ein Jäger, der für seine Geschichten über den Zorn des Gottesberges und seine Tapferkeit im Angesicht von Bären bekannt war. Da wurde mir klar, dass der Holzfäller, den Gabriela sah, in Wirklichkeit der Geist meines Großvaters war, der uns auch nach seinem Tod noch beschützt hat. Irgendwie machte mir seine Anwesenheit keine Angst, im Gegenteil, sie spendete mir Trost. In dieser Zeit hatte ich auch eine Begegnung mit einem bestimmten Mann. Es geschah, als ich auf Wunsch eines Freundes einen Vortrag über Anwendungsentwicklung hielt. Der Mann, der auf mich zukam, hatte leuchtende Augen, als er die App sah, die ich entwickelt hatte. Sein Name war Santiago. Obwohl er als Angestellter in einem Unternehmen arbeitete, besuchte er den Vortrag, weil er die App-Entwicklung als Nebenprojekt erkunden wollte. Kann ich auch so beliebte Apps entwickeln wie du? fragte er. Nun, wenn du einmal Programmiersprachen gelernt hast, ist es vor allem eine Frage der Übung, du hast eine Menge Potenzial, antwortete ich. Anfangs wechselten wir nur ein paar Worte, aber dann kamen wir uns näher. Als er wiederholt meine Vorlesungen besuchte, begannen wir uns zu verabreden. Bis dahin hatte ich kein Interesse an einer Romanze, aber Santiago's freundliches Auftreten zog mich in seinen Bann. Eines Tages bat Santiago mich, ihn in einem nahegelegenen Café zu treffen und sagte, er müsse etwas Wichtiges besprechen. Als ich ankam, spürte ich sofort die Anspannung in seinem Gesicht. Er schien das Gewicht der ganzen Welt auf seinen Schultern zu tragen. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästige, Alejandra, begann er sichtlich aufgeregt. Die Sorge in seinen Augen war unübersehbar. Santiago erzählte mir, dass seine Mutter schwer krank war und nur noch wenig Zeit zu leben hatte. Die einzige Chance, sie zu retten, wäre eine fortschrittliche und extrem teure medizinische Behandlung. Die Kosten dafür waren jedoch exorbitant hoch, und er, der keine Versicherung hatte, war verzweifelt. Die Situation ist kompliziert, wir brauchen 55.000 Dollar, sagte er sichtlich verärgert. Ich versuche, alles zu tun, um meiner Mutter zu helfen, aber das ist eine Menge Geld. Ich versuchte, ihn zu beruhigen und sagte, Santiago, TU, was du kannst, und denk daran, dass es manchmal reicht, darüber zu reden, um die Last zu lindern. Er seufzte und schaute zu Boden, als ob er jedes Wort abwägen würde, bevor er es sagte. Ich weiß, Alejandra, aber es ist nicht einfach, 55.000 Dollar zu bekommen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Da ich wusste, dass Santiago mehr als zehn Jahre lang gearbeitet hatte, kam es mir seltsam vor, dass er nicht wenigstens einen Teil dieser Summe gespart hatte. Santiago, hast du nicht etwas Geld gespart, nachdem du so lange gearbeitet hast? Fragte ich und versuchte, die Situation zu verstehen. Er zögerte und seine Hände zitterten leicht, als er seine Kaffeetasse hielt. Es ist nicht so, dass ich nicht gespart hätte, aber 55.000 Dollar sind eine riesige Summe. Hast du die 55.000 Dollar oder nicht? Fragte ich, jetzt noch besorgter als zuvor. Nach einer Pause gab er schließlich zu. Ich habe diesen Betrag, aber wenn ich das Geld verwende, kann ich dir nicht die Hochzeit deiner Träume schenken und wir können nicht das Leben führen, das ich dir schon immer bieten wollte. Ich war überrascht über den Themenwechsel. Was meinst du? Fragte ich verwirrt. Santiago holte tief Luft und sah mich mit einer Intensität an, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Alejandra, ich möchte dich heiraten, aber wenn ich das Geld für die Behandlung meiner Mutter ausgebe, kann ich dir nicht die Ehe und das Leben bieten, das du verdienst. Der Antrag kam unerwartet und einen Moment lang verstand ich nicht, was er bedeutete. Doch bald wurde mir klar, dass er mich davon überzeugen wollte, ihm das Geld zu geben, indem er mir die Verantwortung zuschob. Der Heiratsantrag, der eigentlich etwas Bedeutungsvolles sein sollte, schien zu einem Deal, einem Druckmittel geworden zu sein. Santiago, wenn ich heirate, möchte ich dich heiraten, aber ich bin nicht der Typ, der große Hochzeiten braucht, eine einfache Verlobung würde reichen, vielleicht ein Treffen mit unseren Familien. Santiago schien von meinem Vorschlag überrascht zu sein, aber sein Gesichtsausdruck änderte sich bald. Alejandra, ich weiß, dass 55.000 Dollar eine Menge Geld sind, aber ich dachte, du könntest vielleicht deiner Schwiegermutter helfen. Sie würde sich sehr freuen, wenn sie wüste, dass sie dir am Herzen liegt und dass du bereit bist, dieses Opfer zu bringen. Ich spürte einen leichten Druck in seinen Worten, etwas, das er mit Zärtlichkeit zu verbergen suchte. Bevor ich etwas erwidern konnte, fuhr er fort, ich weiß, dass es nicht fair ist, dich darum zu bitten, aber ich bin in einer verzweifelten Situation. Meine Mutter wollte dich schon immer besser kennenlernen, um zu wissen, dass du für mich und für sie da sein wirst. Wenn ich wüßte, dass du bereit wärst, uns durch diese schwierige Zeit zu helfen, wäre ich beruhigt, weil ich wüßte, dass ich eine so großzügige und liebevolle Frau heiraten würde. Ich hielt inne, um nachzudenken, aber Santiago ließ mir keine Zeit, es zu verarbeiten. Er nahm meine Hände in seine, seine Augen waren voller Tränen. Alejandra, das könnte die letzte Chance sein, die ich habe, um ihr Leben zu retten. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn meiner Mutter etwas passiert und ich nicht alles versucht habe. Und wenn ich sage, alles, bedeutet das auch, dass ich der Person vertraue, die ich am meisten liebe, nämlich dir. Ich konnte spüren, wie sich der emotionale Druck aufbaute. Er versuchte, mich in eine Position zu bringen, in der ein Nein mich unsensibel aussehen lassen würde, als ob mir das Leben seiner Mutter oder die Zukunft unserer Beziehung egal wäre. Hör zu, es geht nicht nur um das Geld, sagte er und drückte meine Hände fester. Es geht um unser gemeinsames Leben. Wenn ich dir jetzt nicht vertrauen kann, in dieser Zeit, in der ich am verletzlichsten bin, was sagt das dann über die Zukunft aus? Ich will etwas Solides mit dir aufbauen, Alejandra. Ich will sicher gehen, dass wir uns auch in den schlimmsten Zeiten aufeinander verlassen können. Sanciagos Stimme zitterte ein wenig, und er hielt inne und beobachtete mich genau, um meine Reaktion abzuschätzen. Als er merkte, dass ich immer noch zögerte, fügte er mit gesenktem Tonfall hinzu. Ich will nur, dass du das hier als etwas siehst, was es nicht ist. Ich will nur, dass du es als einen Test des Vertrauens siehst, als Beweis dafür, dass wir gemeinsam alles überwinden können, wenn nicht für mich, dann für sie, für deine Schwiegermutter. Dieser letzte Satz traf mich hart. Er verwickelte mich in ein Netz von Gefühlen und vermischte legitime Bedenken mit emotionaler Erpressung. Der Gedanke, jemanden zu enttäuschen, der in Sanciagos Leben so wichtig ist, belastete mich schwer, aber ich war immer noch nicht ganz überzeugt. Sanciagos Worte waren voller Emotionen, aber ich wusste, dass ich ihm nicht völlig nachgeben konnte. Er versuchte, mich in ein Netz aus Gefühlen und Verantwortung zu verstricken, das auf den ersten Blick zwar legitim war, aber eher wie ein Versuch der Manipulation wirkte. Ich holte tief Luft und wählte meine Worte sorgfältig aus. Ich werde dir helfen, aber nur mit einem Teil des Betrags. Ich möchte, dass du dein Erspartes auch dazu verwendest, deiner Mutter zu helfen. Schließlich ist das ein Problem, das wir gemeinsam angehen müssen. Ich habe auch ein gutes Einkommen, sodass du nach unserer Hochzeit keine finanziellen Sorgen mehr haben wirst, wir können das gemeinsam durchstehen, aber du musst deinen Teil dazu beitragen. Santiago blinzelte, als ob er meine Worte verinnerlicht hätte. Sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Überraschung und Enttäuschung. Er rechnete offensichtlich damit, dass ich die gesamten Kosten übernehmen würde, aber ich konnte nicht zulassen, dass er mich so manipulierte. Ich versuchte, den Schlag zu mildern. Verstehst du, Santiago? Ich will dir wirklich helfen, und ich denke, dass diese Hilfe dir zeigt, dass wir zusammenarbeiten. Aber ich muss auch sehen, dass du bereit bist, etwas dafür zu opfern, dass du dich genauso für diese Beziehung einsetzt wie ich. Einem Moment lang schwieg er, wahrscheinlich um die richtigen Worte zu finden. Nach einem langen Seufzer sprach er schließlich. Danke, Alejandra, das bedeutet mir sehr viel, ich wünschte nur, ich könnte das klären, ohne dich zu belasten, aber ich verstehe, was du meinst, und ich akzeptiere es. Ich wusste, dass er wollte, dass ich den vollen Betrag zahle und dass dieses Arrangement nicht ideal für ihn war. Aber gleichzeitig musste ich ihm seine Aufrichtigkeit beweisen. Ich gab ihm einen kleineren Betrag, genug, um ihm zu helfen, die Behandlung seiner Mutter zu beginnen, aber nicht genug, um alles zu bezahlen. Ich beobachtete seine Reaktion, ich wollte sehen, wie weit er gehen würde, um seine Mutter zu retten, und ob der Heiratsantrag wirklich aufrichtig war oder nur eine Art, mich zu manipulieren. Drei Monate nach diesem Vorfall war ich erleichtert und glücklich, als ich hörte, dass Santiago's Mutter sich dank fortschrittlicher medizinischer Behandlung langsam erholt hatte. Er machte mir erneut einen Heiratsantrag, und ich nahm ihn an, weil ich glaubte, dass wir gemeinsam jedes Hindernis überwinden könnten. Wir planten, die Häuser der Eltern des anderen zu besuchen, um uns offiziell zu verabschieden. Santiago erwähnte jedoch, dass das Haus seiner Eltern ein Firmenhaus sei und dass sie es vorzogen, Klatsch und Tratsch in der Nachbarschaft zu vermeiden. Ich fand diese Erklärung ein wenig seltsam, beschloss aber, nicht darauf zu bestehen. Stattdessen entschieden wir uns dafür, das Treffen in einem Restaurant abzuhalten, wo meine Eltern, Santiago und ich uns treffen würden, um unsere Verlobung mit einem privaten Essen zu feiern. Beide Familien stimmten zu, mit den Hochzeitsplänen fortzufahren. An diesem Tag war etwas anders. Gabriela, meine Nichte, schien besonders unruhig zu sein. Als ich sie fragte, warum, antwortete sie mit kindlichem Ernst, der Jäger bewegt sich mehr denn je. Das jagte mir einen Schauer über den Rücken, aber ich versuchte, trotz des wachsenden Unbehagens, das ich verspürte, positiv zu bleiben. Vielleicht war es nur der Bammel vor der Hochzeit, dachte ich. Als wir im Restaurant ankamen und uns setzten, war die Stimmung etwas angespannt. Bevor alle mit dem Essen beginnen konnten, machte Gabriela eine überraschende Aussage, die wie ein Rasiermesser durch die Luft schnitt. Du solltest dir den Kerl noch einmal überlegen. Eine drückende Stille brach über den Raum herein. Alle anwesenden Erwachsenen zeigten Ausdrücke der Überraschung und Verwirrung. Meine Schwester versuchte, die Spannung mit einem nervösen Lachen zu lösen, aber ich brachte sie mit einer Geste zum Schweigen. Ich wusste, dass Gabriela so etwas nicht ohne einen ernsthaften Grund sagen würde. Warum? Fragte ich, als ich spürte, dass etwas nicht stimmte. In diesem Moment merkte ich, dass der Jäger, den Gabriela meinte, tatsächlich da war und Santiago mit einem dunklen, fast furchterregenden Blick beobachtete. Santiago's Gesicht war teilweise unter seinem dichten Haar verborgen, und er sah mich unbehaglich an, als wüßte er, dass etwas nicht stimmte. Kinder haben eine lebhafte Fantasie, vielleicht liegt es am Fernsehen, sagte Santiago und versuchte, die Stimmung mit einem gezwungenen Lächeln aufzulockern. Aber er wurde schnell blass, als er merkte, dass seine Worte nicht den gewünschten Effekt hatten. Obwohl die meisten Menschen meine Nichte auf den ersten Blick ungewöhnlich finden würden, spürte ich in diesem Moment etwas viel Tieferes. Santiago's Reaktion, die Art und Weise, wie er es vermied, Gabriela anzusehen, gab mir einen klaren Einblick in seine Kleinlichkeit. Die Fassade der Ruhe und Sicherheit begann zu bröckeln. Gabriela hörte jedoch nicht damit auf, sie schaut mich direkt an, ohne Santiago zu beachten, und sagte, »Der Jäger steht vor dir, Alejandra, er bürstet dem Jungen die Haare, die noch auf seinem Kopf wachsen, und ein weißer Hund steht neben ihm.« Dann zeigte sie mit einer für ein so kleines Mädchen unerwarteten Wut auf Santiago. »Mami, ein weißer Hund, die Haare, die auf deinem Kopf wachsen, haben den weißen Hund verärgert.« Plötzlich veränderte sich der Gesichtsausdruck von Santiago's vermeintlicher Mutter dramatisch. Hastig begann sie sich zu entschuldigen, »Es tut mir leid, aber wir brauchen das Geld nicht, denk nicht mehr an diesen Job.« Ihre Worte waren rätselhaft und erweckten mehr Verdächtigungen als Klarstellungen. Sowohl meine Eltern als auch ich waren zutiefst verwirrt und versuchten zu verstehen, was hier vor sich ging, und ich wusste, dass ich eingreifen musste. »Also, was ist hier los?« fragte ich mit fester Stimme und durchbrach damit die Spannung in der Luft. In diesem Moment kam die Wahrheit ans Licht, eine Enthüllung, die uns alle überraschte. Die Frau, die ich für Santiago's Mutter hielt, war in Wirklichkeit eine bezahlte Angestellte, ein Handwerker. Sie war dafür bezahlt worden, die Rolle seiner kranken Mutter zu spielen, eine List, die Santiago sich ausgedacht hatte, um mich dazu zu bringen, die 55.000 Dollar herauszugeben, die er so verzweifelt wollte. Mit anderen Worten, diese Frau war nicht Santiago's Mutter. Sie wusste, dass das, was sie tat, falsch war, aber sie akzeptierte die Bitte um Geld trotz seiner verzweifelten Entschuldigungen. Ich konnte es ihr nicht verübeln, sie versuchte nur zu überleben. In einer verzweifelten Situation schien die Ehe das geringste Problem zu sein. Aber Santiago, der verzweifelt versuchte, die Situation zu retten, hat noch immer nicht aufgegeben. Alejandra, es tut mir wirklich leid, dass ich gelogen habe, aber bitte, ich brauchte das Geld. Alejandra, meine Mutter ist nicht krank, aber ich habe Schulden und ich brauchte einen Ausweg. Seine Worte waren wie Gift, alles, was wir aufgebaut hatten, war eine Lüge. Und ich wollte mich rächen, aber das wusste Santiago noch nicht. Ich verstehe, sagte ich ruhig und verbarg meine Wut. Ich habe dich akzeptiert, ich habe dir vertraut, und du hast mich so betrogen, aber ich werde dir helfen. Santiago schaute verwirrt, und bevor er etwas erwidern konnte, fuhr ich fort. Ich werde dir helfen, diese Schulden zu bezahlen, aber unter einer Bedingung. Ich möchte, dass du alles mit deinen Gläubigern abschließt, dass du nichts vor mir verheimlichst und dass ich jeden deiner Schritte verfolge. Santiago, der glaubte, dass ihm vergeben würde, stimmte zu, aber er wusste nicht, dass er damit sein Schicksal besiegelte. Ich musste mich der Demütigung stellen, dass alle Gäste mit ansehen mussten, wie Santiago ein verachtenswerter Lügner war. Die Scham brannte in mir. Aber anstatt zuzulassen, dass die Scham mich verzehrt, beschloss ich, sie in Treibstoff für meine Rache zu verwandeln. Ich würde diesen Verrat nicht ungestraft lassen. Ich würde Santiago teuer dafür bezahlen lassen, dass er meine Intelligenz unterschätzt und versucht hatte, mich zu betrügen. Die öffentliche Demütigung würde nur der Anfang sein. Ich hatte vor, Santiago jede Lüge, jede Manipulation und jedes falsche Wort, das er zu sagen wagte, bereuen zu lassen. Er würde nicht ungestraft davon kommen, und ich würde dafür sorgen, dass er genau weiß, wer ihn zerstört hat. Mithilfe eines Privatdetektivs fand ich heraus, wer seine Gläubiger waren und wie er versuchte, seine Finanzen zu sanieren. Dann begann ich, mich unter dem Deckmantel eines anonymen Investors in die Verhandlungen einzuschleusen. Ich setzte mich mit Santiago's Gläubigern in Verbindung und versprach, einen Teil seiner Schulden im Gegenzug für kleine Zugeständnisse zu begleichen, nichts, was verdächtig erschien. Als das Geld jedoch geliefert wurde, verschwand es auf mysteriöse Weise und erreichte die Gläubiger nie. In der Folge verdoppelten sich Santiago's Schulden, die Zinssätze stiegen und jede Chance auf finanzielle Erholung schwand dahin. Er, der bereits am Untergehen war, begann in Verzweiflung zu ertrinken. Während Santiago versuchte, seine Finanzen in den Griff zu bekommen, begann ich, sein Berufsleben zu zerstören. Mithilfe eines Netzwerks einflussreicher Kontakte verbreitete ich Gerüchte über ihn. Ich behauptete, dass er bei seinen Geschäften unehrlich gewesen sei, dass er zweifelhafte Praktiken angewandt habe, um seine Ergebnisse zu erzielen. Die sorgfältig platzierten Informationen erreichten Santiago's Vorgesetzte, die begannen, seine Integrität infrage zu stellen, aber ich hörte damit nicht auf. Ich fand eine vielversprechende junge Frau in Santiago's Firma, die ehrgeizig und bereit war, alles zu tun, um die Karriereleiter zu erklimmen. Mit ein paar Versprechungen und Anreizen überzeugte ich diese Person, Santiago zu verführen und ihn dazu zu bringen, sich auf eine Weise zu binden, die er nicht leugnen konnte. Bald tauchten kompromittierende Fotos und unangemessene Gespräche in den E-Mails seiner Chefs auf, die Santiago als korrupten Mann ohne Moral entlarvten. Der Sturz war unausweichlich. Er wurde entlassen, gedemütigt und hatte keine Aussicht auf einen neuen Job. Finanziell und beruflich ruiniert, versuchte Santiago, bei Freunden und Bekannten Trost zu finden. Ich hatte jedoch bereits den Boden dafür bereitet, dass er sich gesellschaftlich isolierte. Mit gefälschten Profilen in den sozialen Medien begann ich, Geheimnisse und Lügen über ihn zu verbreiten. Die Menschen, denen er vertraute, fingen an, ihn zu meiden, ihn zu blockieren und aus ihren Kreisen auszuschließen. Das Tüpfelchen auf Demi war eine Party, die ich unter einem Pseudonym gab, in dem ich vorgab, eine reiche und einflussreiche neue Freundin zu sein. Santiago, der verzweifelt nach Gesellschaft und Unterstützung suchte, tappte in die Falle. Als er auf der Party ankam und glaubte, einen Neuanfang machen zu können, fand er sich auf einer Veranstaltung wieder, auf der alle Anwesenden Menschen waren, die er getäuscht, verraten oder benutzt hatte. Vor allen Anwesenden zeigte ich sein wahres Gesicht und entlarvte jede Lüge, jede Falle und jedes schmutzige Geheimnis. Santiago, gedemütigt und am Boden zerstört, wurde unter Gelächter und Hohn von der Party geworfen. Schließlich, als Santiago in jedem Aspekt seines Lebens zerstört war, versetzte ich ihm den letzten Schlag. Ich lud ihn zu einem letzten Treffen ein und gab vor, die einzige Person zu sein, die sich noch um ihn sorgte. Er nahm an, weil er glaubte, dass er dort Trost finden könnte. Ich fuhr mit ihm zu einer abgelegenen Hütte in den Bergen, wo ich ihm sagte, dass ich ihm helfen wolle, sein Leben neu zu gestalten. Doch stattdessen erklärte ich ihm, dass die Hütte dem Holzfäller gehörte, einer Gestalt, die ihn in seinen Träumen heimgesucht hatte, seit Gabriela ihn zum ersten Mal erwähnt hatte. Ich erklärte ihm, dass der Holzfäller in Wirklichkeit der rachsüchtige Geist meines Großvaters war, der dafür sorgte, dass er für jede seiner Sünden bezahlte. In dieser Nacht ließ ich Santiago allein in der Hütte zurück, umgeben von seltsamen Geräuschen, tanzenden Schatten und dem ständigen Gefühl, beobachtet zu werden. Er wusste es nicht, aber ich hatte ein Soundsystem eingerichtet, um furchterregende Geräusche zu erzeugen, die Möbel so bewegt, dass sie sich von selbst zu bewegen schienen. Und ich hatte sogar Schauspieler angeheuert, die kurz im Wald auftauchten, als Holzfäller gekleidet, die Äxte trugen und ihn beobachteten. Santiago, der geistig bereits geschwächt war, erlag der Angst. Als ich am nächsten Morgen zurückkehrte, fand ich ihn zusammengekauert in einer Ecke und murmelte unzusammenhängende Worte. Er war ruiniert, nicht nur finanziell und gesellschaftlich, sondern auch geistig. Sein Verstand war zusammengebrochen. Ich ließ Santiago in diesem Zustand zurück, unfähig, der Welt oder sich selbst gegenüber zu treten. Sein Leben war völlig zerstört und es gab nichts, was ich tun konnte, um das Geschehene rückgängig zu machen. Ich kehrte nach Hause zurück, wo Gabriela mit ihrem unschuldigen Lächeln auf mich wartete. Der Holzfäller ist zufrieden, sagte sie ruhig. Ich war auch zufrieden, denn Santiago hatte für jede Lüge, jede Manipulation und jeden Verrat bezahlt. Meine Rache war vollkommen und er konnte nie wieder aufstehen. Manchmal geschieht wahre Gerechtigkeit auf eine Art und Weise, die die Welt nie verstehen wird, aber die denjenigen, denen Unrecht getan wurde, Frieden bringt. Ich war auch zufrieden, dass ich die Welt nicht verstanden habe.